Hallo, ich bin der Inhaber der Firma Insektenschutz Kevin Pauls und wir suchen genau Dich. Unser Betrieb existiert seit 2012 und seit einem Jahr sind wir im Industriegebiet hier in Wittburg. Und derzeit sind wir neun Mitarbeiter. Wir sind ein sehr familiäres Team und wir suchen Dich zur Verstärkung. Wir produzieren Insektenschutz in Form von Fliegengittern, Lichtschachtabdeckung und Gitter-Safe für alle erdenklichen Gegebenheiten. Wir haben hochwertige Produkte, die alle auf Maß gefertigt werden. Ja, hallo, ich bin der Werner und bin seit vier Jahren hier und ich sorge für die richtige Spannung im Netz. Wir beliefern Kunden in der ganzen Eifel, Hunsrück, Saarland und Luxemburg. Wenn Du Erfahrung im Bereich Bauelemente sowie Fenster, Rollläden, Jalousien, Sonnenschutz hast oder aus der Sparte Schreinerei, Holzmontage kommst, dann hast Du gute Chancen, Dich in unserer Produktion zurechtzufinden. Hallo, mein Name ist Michael. Super Arbeitsklima hier, gefällt mir sehr gut. Es macht sehr viel Spaß, die Arbeit. Aber auch Quereinsteiger haben bei uns eine Chance. Mein Name ist Antonio. Das Team hier ist sehr hilfsbereit und alle sehr freundlich. Wenn Du dazu noch Verantwortung übernehmen willst, dann sollten wir uns jetzt oder gerne später über die Leitung der Produktion unterhalten. Du arbeitest hier bei uns mit professionellem Werkzeug und auf modernsten Maschinen. Wir stellen Dir im Hacken Arbeitskleidung. Der Job bringt viel Abwechslung und bei Fragen steht Dir jeder aus dem Team gerne zur Verfügung. Ja, ich heiße Rudi. Ich bin jetzt mittlerweile ungefähr drei Jahre hier. Ich bin 71 Jahre alt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, die ganze Arbeit hier. Du erhältst eine faire, leistungsgerechte Bezahlung und gleichzeitig auch 25 Tage Urlaub. Wir brauchen keine aufwendige Bewerbung von Dir. Wenn Dir dieses Video gefallen hat, klicke bitte unten auf den Link und beantworte uns einfach ein paar Fragen. Wir melden uns bei Dir. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020